Im Banking ist Digitalisierung das grosse Stichwort, die digitale Transformation im Kundenverhalten und die Digital Signage-Lösungen am Ende des Tages sollen auch die Digitalisierung sichtbar und erlebbar machen für unsere Kunden und gehören darum in die Ausgestaltung einer Filiale. LucaB ist eine der grössten Banken in der Schweiz und die Anforderungen an innovative Produkte und Lösungen sind hier sehr hoch. Im Schaufensterbereich ist eine hohe Leuchtkraft sehr wichtig, damit der Content bei jeder Wetterlage gut sichtbar ist. Dies konnten wir mit unserem Videowall-Display der UH55F-Serie perfekt umsetzen. Wir haben uns für den Partner Samsung entschieden, einen Top-Service zu bieten, von Vorverkaufsberatung bis zum After-Sales-Support. Das heisst, über die ganze Installationsphase des Projektes war immer Partner Samsung dabei. Genau diese Nähe braucht es, damit wir Innovationen gemeinsam vorantreiben können und dem Kunden ein optimales Ergebnis bieten können. Das Kundenengagement hat sich dadurch verändert, weil wir jetzt dank der Digital Signage-Lösung auch sehr gezielt Inhalte abspielen können. Und das auch natürlich mit einer höheren Flexibilität. Dank professioneller Zusammenarbeit aller Parteien präsentieren sich heute die Luca B-Filialen in modernem, innovativen Erscheinungsbild.